Hallo? Hallo Daniel. Hallo. Ich möchte dich gerne wieder sehen. Ja, ich auch. Hast du sie gesehen? Nein, ist doch ein Witz. Nein, es war unglaublich. Sie war warm und weich und perfekt. Ich habe dunkle lange Haare, bin schlank, groß. Magst du das nicht Daniel? Doch. Komm dir doch mal ein Porno oder sowas. Ja. Wow. Wollen wir uns mal treffen, Daniel? Aber willst du nicht ein bisschen mehr über mich wissen?